Moin moin liebe Leute, wir spielen heute wieder eine Adventure Map. Diesmal spiele ich nicht alleine, sondern ich spiele mit viel zu vielen Bekloppten, die sich gerade schon die ganze Zeit die Fresse eingewemst haben. Und zwar Regimeng, iCrawl und The Vulvarous. Steht auch alles in der Videobeschreibung, genau wie der Map-Ersteller, der hier, ich glaube das sind zwei, Argonis LP und irgendwas mit MB24. Ich habe eine Aufmerksamkeitsspanne wie ein frittiertes Archerhörnchen. Und ja, die Map heißt The Older Scrolls 1 Obsidian. Das lassen wir mal wirken. Ja, das lassen wir so stehen. Ich kann nicht sehen. Bitte die Schilder von oben links nach unten rechts lesen. Möchte einer von euch. Crawly. Okay. Moment, ich muss das mal einziffern hier. Willkommensspieler. Dieses Spiel basiert auf Ehrlichkeit. Du darfst keine Blöcke abbauen. Jedoch darfst du Blöcke, blockt mich nicht. Jedoch darfst du Blöcke beziehungsweise Items setzen und, steht da, auf abbauen. So. Die du erhittest. Das heißt, als Geschenk bekommst... Die du erhältst. So, da steht bekommst. Das heißt, als Geschenk bekommst, kaufst oder findest. So. Du darfst herrenlose Truhen. Steht da? Lehren. Lehren. Okay, gut. Jetzt kann ich es besser lesen. Aber neben... Aber Truhen, die Menschen stehen... Kannst du. Ich hasse dich, Mann. Das weiß ich nicht. Regi, mach. Nichts weiter. Okay, äh... Aber Truhen, die neben... Okay. Aber Truhen, die neben Menschen stehen, darfst du... Was? Nee. Darfst du erst lehren, wenn du ihre Aufgaben erfüllt hast. Mehr dazu erfährst du im nächsten Raum. Lies dir erst alle Schilder in den Räumen dieses Hauses durch, bevor du startest. Wulf, du. Ja? Du darfst Blöcke auch setzen, wenn Personen es dir erlauben oder es an Truhen vermerkt ist. Druckplatten, die du in Truhen findest, kannst, darfst du vor Eisentüren setzen, durch die du durch hindurch musst. Durch hindurch musst. Tim. Stelle den Schwierigkeitsgrad auf easy. Verdammt, ich glaube, ich muss den Server nochmal starten gleich. Und ändere ihn nur, wenn du die Anweisung dazu auf Schildern erhältst. Stelle die Sichtweite auf normale ein. Ja, ja, passt schon. Tiere zu töten ist erlaubt, Menschen jedoch nicht. Die bestehen ja auch aus Blöcken. Ähm, komm, wir lesen hier erstmal, bevor ich jemanden umstelle. Weil hier geht's noch weiter mit Schildern. Oh Gott. Komm, im Schnelldurchlauf. Schriek. Anfang. So sehen hier die Menschen aus. Hallo. Hölle. Auf den Schildern, die an ihnen angebracht sind, steht drauf, was sie sagen. Sie erzählen dir etwas, geben dir Aufgaben. Wenn du diese, ähm, was? Ach, wenn du diese erfüllt bekommst, äh, erfüllst, bekommst du eine Belohnung. Neben Leuten, die dir Aufgaben erteilen, steht eine Truhe. In ihr ist deine Belohnung. Nimm sie, nachdem du die Aufgabe erfüllt hast, wird, äh, ein Gegenstand gefordert. Lege ihn in die Kiste. Ignoriere diese Anweisung nur, wenn die Charaktere etwas anderes sagen. Ist jemand, äh, ähm, ist die Aussage jemandem zu lang, wird diese, wie bei Schildern, auf weiteren Schildern fortgeführt. Sind diese Aussagen viel zu lang, ähm, weist ein Pfeil auf den Körper, äh, auf die Stelle, an der die Aussage steht. In diesem Fall beginnt die Aussage, wie hier oben links, benötigst du etwas, um eine Aufgabe zu erfüllen, ist es meistens in der Belohnungstour beigelegt. Zum Beispiel Geld. Äh, äh. Meine Fresse. Was ist hier? Also, warte mal, warte mal, erste Aufgabe, wir müssen alle Hallo sagen. Hallo. Hallo. Ich hab da zuerst Hitler gelesen, ich weiß auch nicht was. Stell mir das vor. Dann, da steht drauf, was die Menschen sagen. Hitler! Hitler! Er liegt auf der Hand! Geh hin, geh hinunter. Hitler, kann das sein. Dein erster Spawnpunkt, schlaf nie im Gefängnis. So, dann, ähm. Zieh nicht 4000 Mark ein. So, ich überlege gerade, ob ich den Server nochmal neu starte oder ob wir den Scheiß einfach auf Peaceful spielen. Weißt du was, wir spielen den Scheiß die ganze Zeit auf Easy. Wie wär's damit? Also, nochmal neu starten. Gut. Ja. Dann, sag ich mal, bis gleich. Ups, sorry. So, da sind wir wieder. Und wir sollen runtergehen. Ey. Oh, Schilder. Oh Gott. Die Währungen in dieser Welt sind Eisen und Goldbarren. Ein Goldbarren ist 10 Eisenbarren wert. Alles okay. Das merkt sich wohl. Jetzt hab ich gesagt, äh, jetzt wollte ich okay sagen, oder alle, und hab alles klar gedacht und Osei kam raus. Dein Startinventor. Startinventor. Ähm, habt ihr Cheats? Äh. Nein. Nein. Das ist eher doof. Warum sollen wir uns das jetzt ercheaten? Ja, jeder braucht ja Ausrüstung, ne? Die ist ja eigentlich hier für einen gedacht. Ich bin der King. Er wird der Axt. Aua. Aua. Ey. Ey, pass auf, wir verlieren schon Leben, Mann. Ich guck hier gerade mal. Sprüh Dinger, los. Spuck. Kotz die Axt aus. Kotz die Axt. Kotz dein verdautes Fleisch aus, los. Geh weg, Riegel. Guck mal. Irgendwie klappt das nicht mit, äh, Dings, mit, hier, too many Items und so, sonst müsste ich mir alles einzeln cheaten. Oder euch alles einzeln cheaten. Das ist auch doof. Eine Karte von Paul MB24. Du musst die Dinge hier hinschmeißen. Wer kennt, kennt jemand die Zahlen aus, wenn ich wahrscheinlich nicht, oder? Wir hatten den zweiten Goldbahnen mitgenommen. Ich hab den Eisenbach. Okay. Geht den Weg entlang. Man erwartet euch, Bereich, nach Königsfeste. Ja, alles sehr groß gehalten, ne? Ja. Elder Scrolls halt. Wie, Elder Scrolls? Hörst du mir eigentlich zu, wenn ich rede? Ja! Das ist ein sehr, äh, stimmungsvoller Weg hier, so übers Eis zu laufen. Ne? Laufst du, da so rumzuspringen? Ich bin jetzt zu sad. Hört sich das so komisch aus? Oder sehen die Felder hier alle viereckig aus, da, beim Eis, Wasser, da? Du, Tim, ist es schlimm, wenn ich alle Items habe und drunter springe? Nö, dann hast du keine Items, wo du bis unten, ne? Herrliche Aussicht, nicht wahr? Oh, wunderschön. Da steht übrigens jetzt hier, da steht herrliche Aussicht, nicht Hitler-Aussicht, ne? Wollte ich nur nochmal, wollte ich nur nochmal anmerken. Wer hat da sein iPhone nicht ausgemacht? Was für ein iPhone? Das ist ein Mensch, warum redet der nicht mit uns? Der redet nicht mit uns. Ja, das ist, das ist, das ist Dings, das ist so ein eingebildetes Stück. Oh, hier, hier können wir wieder hoch, falls wir runterfallen. Ja. Ein Buch, ein Eisen. Ich brauch kein Buch. Bücher sind für Duche. Zehn Bücher. Wer hat denn das Eisen mitgenommen? Du, Tim? Ja? Ich hab ein Eisen, ja. Moment, sammle du mal die Eisendinger, warte, bleib mal stehen. Ich hab ja mich auch noch eins. Wo hast du das denn her? Da. Ja, vorhin in der Box. Ah, okay. Der sagt auch nix. Wir sind alle nicht gesprächig. Willkommen in Königsfeste. Der Typ hat Schnee auf dem Kopf. Ne. Leichter Frostbrett auf dem Schild. Warte, er redet wieder mit uns. Der König erwartet euch. Ah, nee, doch nicht. Hol mir doch bitte meine Federn aus dem Minen. Achso, Moment, ich darf die zwei erst nehmen, wenn ich die Federn geholt hab. So war das. Aus dem Minen-Arbeiterlager, so war das. Wow. Minen-Arbeiterlager. Boah, das sind aber mehr als 6 Millionen. Das sind 5 Millionen oder so. Jaja, aber 16 Schneebälle kosten 2 Eisen. Was meint er damit? Achso. Also darf ich keine mitnehmen? Du hast da Schneebälle in der Hand. Nein, darfst du nicht. Dafür ist die Währung da. Ich hab mir die Schneebälle jetzt verdient, finde ich. Ich weiß nicht. Du hast Dings, du hast schleichende geskillt, ne? Ich geh mit der Axt durch, Alter. Was passiert denn bei dem Stahl? Ich schob's, na lo. So, ähm, wer geht rechts, wer geht links? Äh, ich geh mal. Rechts geh ich. Ja, der Typ, der Hitler liest, muss rechts gehen. Ja. Ich denke, wir sollten trotzdem zusammenbleiben. Alter, da brennt irgendwas. Wo? Immer Wache zu schieben kann ganz schön anstrengend sein. Wo brennt was? Ich weiß, irgendwo fackeln hier. Egal. So, ich glaub, wir müssen erstmal zum König. Der Turm ist, glaub ich, da. Das ist der König, der Turm. Immer Wache zu schieben, kann ganz schön anstrengend sein. Der wiederholt sich. NPC halt. Ja, früher war ich ein Abenteurer wie du, doch dann bekam ich einen Pfeil ins Knie. Kommt bestimmt auch noch. Empfangen. Ich bediene die Rezeption. Leute, wo seid ihr? Zum König nach oben. Der Rezeption, Mann. Wo ist er? Ja, hier. Müssen wir zum König? Zum König nach oben. Ja, ich glaub, wir sollten zum König, ne? Oh, da ist alles golden. Ist der König, weil der warte ist. Oh. Ganz nobel. Ist das jetzt der König hier? Ne, ich glaube nicht. Ich glaub, wir sind ein zu hoch, oder? Wahrscheinlich eher in dem goldenen Ding da drin, oder? Ich hör schon wieder das Wackeln-Brenn-Geräusch. Bek da! Ich werf gleich mit Schneeballen! Oh! Ich nehm auf, ich muss da durch. Hey! Achso. So wird das nix mehr heute. Er ist da. Wir haben's gleich. Ach, hier oben brennt's. So. Ja, ganz oben brennt's. Das ist der König. Ach, das ist Nederrock. König. Geh doch runter, bitte, Alter. Geh doch einfach runter. Ah, ich hab's geschafft. Oh, ne Schatz. Das ist der König. König. So, ich flieg mal, weil sonst kannst du das hier gar nicht lesen, großartig. Helft uns bitte. Grausige Kreaturen greifen uns an. Sie kamen aus der Mine und attackierten uns. Was tust du da? Wir konnten sie vorerst zurückschlagen. Noch ein zweites Mal, äh, halten wir das nicht durch. Einer unserer Spione belauschte ein paar der Kreaturen. Er fand heraus, dass die Monster eine Schwachstelle haben. Ähm, es wurde nicht genannt, was die Schwachstelle ist, aber wo sie sich befindet. Sie befindet sich in ihrem Palast. Er ist in der Gruft, doch bei ihrem Rückzug versiegelten die Kreaturen die Gruft. Solch eine Barry-Vulverus-Hinterkopf-Barrikade lässt sich nur mit der Macht der heiligen Schwerter öffnen. Doch die sind in der Welt verstreut und gut bewacht. Wenn ihr sie findet, die Gruft öffnet und die Monster besiegt, werdet ihr reich belohnt. Erinnert mich an Zelda. Bei Fragen, er wendet euch an die Dorfbewohner. Die Märcher des Königs. Kommst du nie rein. Genauso wie du nicht in, hier unten war das, ja, hier, Zulassungspapier. Kriegst du einen höher, glaube ich. Und unten ist auch nochmal Zulassungspapier. Zulassungspapier. So, warte. Ich guck mal, ein Gold haben wir nicht. Können wir noch nie machen. Da muss man sich ja an die Regeln halten, sonst sind wir hier in fünf Minuten gerichtet. Ähm, so, was mussten wir jetzt nochmal machen? Die Mine öffnen oder so, ne? Ich glaube, wir müssen doch wieder runter. Ja, wir müssen wieder runter. Boah, ich verirr' mich. Aua! Immer auf den Aslak. Ja, immer, so wie, auf den sowieso. So. So. Da ist ne Tür. Wo gehen wir denn überhaupt hin? Wir müssen uns, ich ja, Monster. Ja, weil wir auf easy gestellt haben. Ah, hier geht's runter. Wohin? Ich hab keine Ahnung. Ich geh grad irgendwie hoch. Regi schiebt mich hoch. Was sagst du? Ich guck mal hier unten. Hier ist ja überall was. Dort hinten scheint was zu sein. Wir Soldaten halten hier Wache. Hm? Zombies. Da war ein Mensch. Wir Soldaten halten hier Wache. Zombies. Nicht Wein, Crawley. Zombies. Ich glaub, ich hab mich verlaufen. Mir fehlt auch immer der Pfeil, der zur Quest zeigt. Ich bin ein Soldat. Ich bin ein Soldat. Hey, ne Chipbox. Hier geht's auch noch runter. Wir haben uns verlaufen, oder? Wir haben uns alle verloren, ja. Ich hab's noch keine Ahnung, wo ich bin. Fuck, Tim, wo bist du hin? Ich hab keine Ahnung. Ah, ich bin irgendwo. Bist du irgendwo runter, oder bist du hoch, oder? Ich glaub, wir spielen das jetzt durch, Regi. Ja, machen wir mal. Ah, ich seh jemanden. Wo ist Tim? Ja, ich bin hier. Jawohl. Borgi, lass dich umarmen. Geh weg, geh weg, geh weg. Ins Haus. Ich hoffe, hier gerade irgendwo mal ein Schwert zu finden, oder sowas. Wär echt Knorke. Mich verfolgen zwei Idioten. Ich bin Soldat. Im Wald soll es mit einem Baum mit einem... Im Wald soll es einen Baum mit einem riesigen Stamm geben. Der König entlohnt uns gut für unsere Arbeit. Das find ich Knorke, aber... Was wollt ihr von mir? Ich weiß es auch nicht. Das ist eine sehr... Also, die ist sehr Open World, die Map. Lass dich. Tim, wo bist du überhaupt? Ich hab keine Ahnung. Ich hab ne Feder gefunden. Ja, du hast die Feder gefunden. Wir gehen hier irgendwo rum. Neben Heinz Bett. Was der Heinz wohl für Spielchen treibt. Mit der Feder. Mit der Feder. Wir sind Soldaten. Im Winter können wir sowieso nichts ernten. Das hast du klug erkannt. Im Winter reisen wir hierher, um zu arbeiten. Und ich verhungere hier schon wieder halb. Ja, mir geht's genauso. Ähm, warte mal. Wie ging das? Was ist denn das hier hinten? Ein Zombie. Oh. Hallo, Mr. Zombie. Stirb, 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 stirb. Fleisch! Norm, 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 norm. Ego ist. Ähm. Oh. Vielleicht geh ich mal wieder hier. Ich probier hier gerade mal was aus. Also, ich seh nichts. Oh Gott. Ich seh gar nichts. Irgendwo schießt auf mich. Habt ihr auch gehört. Ich werd sterben. Tim, wo bist du? Tim, Tim. Ich geb euch hier gerade erst mal Fleisch. Juhu. Tippe uns mal. Moment. Erst kriegt jeder was zu essen. Ey, ohne Scheiß. Ich glaub, ich lauf hier gerade im Kreis. Ja. Ich bin... Da war ich doch schon mal, hä? Sicher? No, Fleisch. Alles wegen dir. Oh, Fleisch. Zur Hölle. Gut, ist rohes Fleisch, aber kackegal jetzt. Vielleicht einfach mal wieder Tag werden? Ich weiß überhaupt nicht mehr, wo ich bin. Also, ich bin grad draußen. Draußen? Ja, cool. Ich hab auch grad eine Tür nach draußen gefunden. Im Wald soll ein dicker leuchtender Baum stehen. Wo ist überhaupt der Wald? Ich weiß nicht, ob man das für ganze Gruppen machen kann. Ich probier hier gerade wie ein Bekloppt da rum. Weißt du, was klüger wär? Wenn wir uns vorher schon die Items gescheatet hätten. Ja. Ja. Das wäre vielleicht. Ich glaub, ich hab einen Geheimgang gefunden. Was ist das? Ein Geheimgang. Ein Geheimgang. Wulff, 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 Wulff. Oh, verdammt. Scheiß Zungen. Komm nicht auf die andere Seite. Nein. Ich hab ein Buch gefunden. Ich hab drei Kohle. Ich schaff das. Ja. Ich hab das. Du bist alle da. Du bist alle da. Heldenhaft. So, immerhin. Ich kann dich jetzt mit dem Fleisch abwerfen. Dann schmeißt es mir in den Mund. Wo seid ihr schon wieder hin? Ach da, ich seh den Kopf. Verdammt, lauf. Ich hoffe, das ist ein Creeper. Ne, das war ein Schaf, glaub ich. Ein Creeper! Oh fuck. Scheiße. Oh fuck, 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 fuck. Das ist hier etwas verwirrend gerade. Fuck. Skeletten. Weg hin. Oh fuck, oh fuck. Ah, Regi. Jawohl. Ah, hey. Hallo. What the fuck? Oh, das hast du dich von Creeper gerettet. Echt? So, und jetzt hier einmal der Reihe nach, bitte. Okay, ich hab hier ein Buch. Ne, hier ein Buch und ein Eisenbarren. So. Ich hab noch kein Schwert. Ich hab noch kein Schwert. So, irgendeiner hat jetzt zwei Schwerter, der muss einen abdrücken da. Ich hab schon geworfen. So. Oh Gott. Das ist die verwirrendste Folge. Das ist jetzt schon die verwirrendste Folge. Jetzt mach... Ah, Goddammit. So, da hier nicht genug, äh, Betten für alle sind, Time Day, yay. Was bist du? Hier bin ich gerne. Das sind echt interessante Konversationen hier. Schon, gell? Oh, 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 oh. Ach, der steht im Fenster und schießt auf mich. Mit der F-Tatsache. Wie kackendreist. Ne. Das hat nicht geklappt. Oh, egal. Ins Haus. So hat irgendjemand Ahnung, was wir machen müssen. Ich nicht so. Hey, ich bin da im Kino. So, ja. Ja, da steht der Creeper einfach mal. Boom. Nicht hochkommen. Nichts passiert. Was seid ihr? Übrigens, wer es noch nicht wusste, blocken ist total überpowert. Wenn ein Creeper vor euch steht und ihr blockt zwei Herzen, mehr nicht. Krass. Ähm, wie blockt man? Ähm, rechte Maustaste mit Schwert. Äh, wo, 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 wo ist mehr? Wut? Ach, und? Wo ist Regi? Ich hab keine Ahnung. Hinter dir. Hinter dir. Der Helle. Ah! Ich hab so Angst vor Spinnen, Alter. Das Minecraft ja das perfekte Spiel für dich. Ja. Wie schwer hier. Äh, mein, äh, bester Freund ist auch arachnophob und Skyrim war ein super Spiel für ihn, bis die ersten Sprinten kamen. Ja, also, also, so, Skyrim konnte ich spielen. Aber, also, Skyrim sind ja auch viel schneller tot. Wo's Krollen? Ah, ich sehe Wolvie, hallo Wolvie! Hallo, hallo, hallo! Hallo, hallo! Das ist echt, weil die Ehrkarten immer wieder findet man sich. Siegbert, bring mir doch bitte mein Brot von unten. Wie soll ich denn unterkommen? Siegbert. Ich mach jetzt mal, ich mach jetzt hier mal so eine Nebenquest. Gott, damit! Holzgegner Gregor, was Holzgegner? Äh, äh, das sollte so, ne? Also, wenn, wenn ihr fragt, äh, das ist, das ist ein modisches Accessoire hier. Ich hab Tine Wittner gefragt, ich geh weiter. Hallo, Mr. Zombie. Ich bin jetzt in der Übungshalle. Ich will zu Tim, wo ist Tim? Schufkünste. Was hält? Das ist eine Spinne. Wir sind genug Betten für jeden. Wir sind uns auch kackegal. Das ist mitten am Tag. Ich fühl mir Crowley in dein Bett. Hätt ich noch ein bisschen. Ich hab Brot gefunden. Brauchen wir nicht Brot? Ja, theoretisch schon, wenn wir uns nicht, äh, ungefähr 23 Schweine, äh, pro Person ercheatet hätten. Nee, nee, du musst, du musst, du musst das Brot diesen Siegbert bringen. Ach so, ja, dann... Ich bin bei Siegbert. 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 Ja, vielleicht hieß Siegbert früher auch Siegerin, wer weiß das schon. Der hat selbst ein Brot. Das ist ein Brot dentro der Mitte. Untertitelung des ZDF, 2020